그것은 나에게 전부야. Das ist mir alles. 이것은 우리에게 하나의 선물이야. Das ist uns ein Geschenk. 그것은 당신들에게 좋다. Das ist ihnen gut. 그들은 그녀에게 과일들을 사준다. Sie kaufen ihr Früchte. 그것은 너에게 안 좋아. Das ist dir schlecht. 이것들은 우리에게 전부야. Das sind uns alles. 그들은 우리에게 말해. Er sagt uns.